Du? Ja? Hast du es schon gehört? Ne, was? Die haben die Challenger gefunden. Boah, wo war die denn? Ja, die war so abgestürzt, ne? Und weißt du was? Die haben den letzten Funkspruch sogar. Boah, und was haben sie gesagt? Lass mal die Frau ans Steuer. Du weißt ja was? Ja, was? Ich habe neulich zwei so blonde Blondinen, ne? Die habe ich mal belauscht. Und? Was haben sie gesagt? Die haben sich unterhalten. Die eine wollte wissen, ob es auf dem Mond noch Leben gibt. Und? Da hat die andere gesagt, na klar. Da ist doch jeden Abend das Licht an. Fritzchen? Wie Fritzchen? Erzähl doch weiter. Also, Fritzchen kommt nach Hause und sagt zu seinem Papa, du Papa, vergiss nicht, heute Abend ist ein spezieller Elternabend. Da sagt der Papa, wieso speziell? Na ja, sagt Fritzchen, der Lehrer, der Direktor und die Polizei. Der Juni der Lehrer